Die Tochter des obersten Galotti bei Savionetta Ich liebe Sie. Ich bitte Sie an. Ja. Was würdest du denn tun? Wollen Sie mir freie Hand lassen? Wollen Sie alles genehmigen, was ich tue? Ja. Die Tochter des obersten Galotti bei Savionetta Hab ich dir schon erzählt, dass der Prinz Emilia gesehen hat? Der Prinz? Ja. Wo? Bei Grimaldi. Auf diesem Stehempfang. Ich hoffe doch, dass du dann ermächtig genug warst, ihm mit einem Blicke die Verachtung zu zeigen, die er verdient. Das war ich nicht. Wenn wir die Braut in unserer Gewalt hätten, so stünde ich dafür, dass aus der Hochzeit nichts werden soll. Es könnten sich Unglücksfälle dabei ereignen. Aber wann kommt das denn endlich, das große Gefühl? Dass man weiß, das ist es jetzt. Das ist wie Liebe, wie Schicksal. Ankommen, ein Zuhause, glücklich sein. Zuhause haben, wann kommt das noch? Kommt ihn vorhin. Einfach mal richtig lesen. Nach Massa! Sie müssen noch heute abreisen. Ach, noch heute? Lieber noch in dieser nämlichen Stunde als in der nächsten. Die Sache hat eine, glücklich. Der Name Marinelli war das letzte Wort des sterbenden Grafen. Er liebt mich nicht mehr. Liebst du mich denn? Marinelli? Ha? Man wird mich für den Täter halten. Danach sieht es aus. Das Spiel geht zu Ende. So oder so.